Musik Ja meine Damen und Herren, hier sind wir wieder. Die World Wrestling Federation ist ins deutsche Fernsehen zurückgekehrt und zwar exklusiv auf RTL 2. Sie haben gerade eben gesehen den dynamischen Beginn einer neuen Sendung Wrestling Spotlight. Sie wird am Wochenende dazu dienen Ereignisse zusammenzufassen, so kann man es ungefähr sagen, die in der Woche geschehen sind. Wir werden drei Sendungen in der Woche haben, aber ich bin sicher, Sie werden das alles im Laufe der Zeit herausfinden. Das begrüßt Sie wie gewohnt Carsten Schäfer. Ich habe einen neuen Kollegen, das ist Günther Zapp, American Football Freund in Deutschland, mit Sicherheit bestens bekannt. Ich glaube Günther, diese Sache hier, Wrestling, das ist etwas, was du glaube ich schon ziemlich lange noch hast. Ja ich kenne es natürlich auch von den alten Zeiten, von deinen Sendungen früher auch her und vor allem vom Football her. Sehr viele Football Spieler sind entweder nach ihrer aktiven Football Karriere zum Wrestling gekommen oder haben gar einen Football Vertrag ausgeschlagen und sind beim Wrestling in alles beides ja Kampfsportarten im weitesten Sinne. Ja dann wollen wir uns mal gleich hier mit diesem Mann beschäftigen. The Narcissist Lex Luger ist es. Er wurde beim Royal Rumble präsentiert und wer einen Weißen zurückdenkt, weiß, dass er schon einmal bezeigt wurde im letzten Jahr. Montagabend geht wieder die Post ab. WWF Wrestling, die Supershow. Kampfsport und Spaß bei RTL 2. It's just another day. It was just another fight. It was the worst. It was the sentence is. It was doomed to not be right. BWF Wrestling, Montagabend 5 nach 9.